ich weiß nicht so, jetzt geht's ab mit Lex für mich solche leute mag ich nicht da ist Toni hey Münz, ich lad mir grad was runter ich klinge von 44 hat sich gerade mal verdoppelt ja okay, ist trotzdem noch gut, 44 naja sag ich ja hast du grad Messenaries runter? ja nein nein dann musst du starten, musst du einfach starten und da musst du schnell ein Update machen schnell ja, das geht schnell, man scheiße ja, kommt der Fett oh, von hinten kommen sie auch warte oh, da sind auch noch ein paar nein, das war nicht gut warum, warum mach ich das überhaupt? ich reite immer in die Lanze rein du stehst dann auf Lanzen auf lange Lanzen genau so, zwei, drei Idioten ein Gedanke naja ich wandse jetzt bei so drei eigentlich sepper steht auf das, was ich mag oh ja man schärft das, was du hast oder das oder das, was du nicht hast so, oder oder Fächer, erst ist das ach, komm schon, ne vielleicht auf der Suche, ne ah, 32, 28, das ist mein Ping wieder nochmal okay, das ist schon mal wiederum aber auch drei Minuten oder so, ob ich es gebraucht okay ey, man, das geht bei mir auch mal mit Ihnen da nicht, ey ach, hier sind schon alle ach, hier sind schon alle du musst bei Chris fragen ach, das stimmt schon mal, dann muss ich mal weiterlaufen lassen nein oh, das war Hilfe, ich hänge in der Leiter ach so, Vince war es so eigentlich mal wieder auf meinem Kanal ja, aber nix nein oh, Vincent, das war schlecht okay ich hab jetzt seit drei Wochen oder so nicht oder zwei Wochen nichts mehr auch geladen na ich hab nichts mehr gesagt ach du scheiße deswegen wir leben alles noch aber ich hab jetzt 29 Abonnenten und 11.500 Videoaufrufe boah so nice 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 one ja, danke wie heißt du in YouTube? tonytigerhilfe passt zwar gar nicht zu dem, was du machst ja, stimmt, passt zwar gar nicht, aber warum, was machst du denn? er macht Nightcore ey, ich hab jetzt 30 Nightcores etwa ach so, unter das Video werde ich natürlich Tony seinen Kanal verlinken oder ihr guckt einfach mal in die äh, in die Box da in die Verlinkungsbox ich schreibe oder? nein die Verlinkungsbox ja beim Kanal beim Kanal beim Kanal genau da hab ich ihn natürlich auch drin yay und ich stelle ich auch wenn ihr auf Nightcore steht, seid ihr bei Tony bei der richtigen Adresse jo sprich wie Christoph hoffe ich zumindest genau wie Christoph ja, genau es soll auch noch andere geben, die Nightcore mögen irgendwie ist Christoph irgendwie das Beispiel was? hey, ich hab hey, wie meinst du? reden wir von von schwulen ist Christoph schweig das Beispiel reden wir von Christoph ist Christoph Beispiel ja, aber Christoph das sag ich Chrissy ich sag's ihm ich schreib's ihm ich hab dich auch gern ich hab dich auch gern ich hab dich auch gern okay ach, Tag hier Tony ja auch da ich lauf grad noch so einem Armbrustschützen namen Sepper hinterher dann ist Carmen er ist doch Carmen ist doch Carmen ist doch egal Carmen die Samenbran komm schießt den Info ab oh ich soll dir mal wieder was suchen da hast du recht wenn's ich hab meine nächsten Videos oder weil nächstes Videos alle mit oder Songs alle mit Likes machen weil es Spaß gemacht hatte anderthalb Stunden oder ne, zwei Stunden an dem einem Lied erzählen ja, glaub ich dir so, kill aber das ist nicht schlecht geworden ja, die waren wirklich also das war wirklich nicht schlecht was ich da angehört hab so eine ich hoffe du denkst das wirklich von Aua ja war von dem letzten nee, nee, mit dem mit dem grünen Bild aus Schoko-Chara das war auch nicht ich kann ach, wenn nicht ich weiß nicht ich war schon mal nicht auf deinem Kamera meh ja, genau na la la oh, ich hab zwei mit Likes gemacht okay insgesamt okay, dann hab ich glaub das erste gesehen möglich brauchst du es ja nicht unbedingt ins Video zu machen doch, das sieht aber besser aus kannst du es ja auch in die Beschreibung ja, das hab ich auch gemacht ja schon, aber es ist halt eben wie schon gesagt mehr Arbeit ja, macht aber auch bisschen mehr Spaß und sieht schön aus ja wenn man natürlich die Lyrics irgendwo herkriegt naja, musst du bloß einmal bei Google eingeben findest du sogar bloß hab ich mal gefunden Nightwish minus und das Lied halt und Nightwish ist auch ein der Nightwish macht so es lebt nur noch Jan und da ist Jan nein doch ich geh sterben ich glaub ich jetzt einfach gerade aus so sehen wie du failst ja, warte, 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 warte warte, warte, warte wo bist du denn? uuuuuh alles noch darum steht ein Archer ja Michelle ich bin jetzt auch mal kaff ich kann kein Archer nehmen Mist kannst du mir ja eine Runde helfen ja, mach ich so reiten wir denn mal lang kann man auch hinten irgendwo rum? ja, du kannst hinten rum gehen wir da mal hin von hinten von hinten nein die Peppers hat dich gekillt ne, sagen wir das Pepper nein die Trance die Trance drei drei Cups ich hab auch mal Bock gehabt warte wow, ich hange dir Vincent nein also man kann jetzt auf der anderen Seite rum tja tja man kann jetzt halt links ne, man könnte jetzt rechts rum da kommst du jetzt zum Haupttor ah, das ist nicht schlau oh oh mein Gott, da sind schon welche ach du Scheiße wer hat da jetzt gerade eine Nachricht bekommen auf WhatsApp das war ich ich nicht ich weiß nicht nein was macht das das ist das Geräusch immer ja wenn man es nicht ausgestattet ja, ich mach es mal leiser den hast du Ton ich hab das nicht ich hab das nicht ich kenne mich nicht nur mit Facebook aus, ja oh mein Gott Toni ist nicht aktiv in sozialen Netzwerken oh oh der macht sagt, der geht eher auf den Dating-Zeiten nein nein ich geh nur auf sieben und scheitert man fährt dort dem ist auch nicht mehr so etwas für heimlichen sie müssen mehr heilig und das reicht mir auch nein, das ist immer noch so ein paar sie müssen Dating-Zeiten das wollte ich grad schreiben also ich möge ihn nein, sie muss eine Seite von pädophilischen kleinen Kindern nein die doch die erstellt irgendwelche irgendwelche Feldengruppen nur weil sie meinen, die müssen um die Person zu trollen nein ich weiß nicht kenne mich mit Facebook auch nicht so aus nein oh nein achso vom Team ok das hat da irgendeiner so eine komische Fangruppe gemacht von mir und sucht mich dann ein bisschen troll achso ja stimmt ja Mann, ich hab auch angehitet jetzt bringst du zu Ende fein nicht hier glaub ich steig lieber ab oh oh ich nehm glaub ich keine Kaffe mehr oh, Janus Down hoffen sie das René nicht wie kommst du jetzt auf René keine Ahnung oh, nice jobber oh man, das ist sinnlos hat der Max gesagt warum sterbe ich immer zuletzt wieso Max du warst nicht der Letzte ich war schon wieder der Letzte nein, der Bro war der Letzte nein, ich war der Letzte nein also von uns aus gesehen ja, aber vom Team her nein ich war einfach der Letzte ich war einfach der Letzte doch ich bin aber schon lange weg oh wo bist du denn die Frage hier ist, wo ist der Spawn von den Gegnern der ist links der ist links der ist links hinter einer Mauer ich brauche Hilfe ich werde von zwei Kaffens verfolgt oh, ich ich reite grad zum Haupttor oder ist es zu zwei ne einer Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe stirbt Toni heute nicht heute nicht wow, das war gelbe das war grad zu weg das war grad zu weg ich bin jetzt am Haupttor vorne ah Hilfe ja der hat Wurfsperre komm komm ich hab ja noch ein paar Streiter komm jetzt mal oh ja schön mach mit mir nach mir ah ist da Map Ender au Alter, da ist Map Ender ist ja voll der Scheiß nein ach man voll die verarschen hier wo ist Sepper, wo ist Sepper oh das war meine jetzt ist die von meiner Playlist ach genau, das wollte ich ja von uns auch sagen ich hab ich hab ich hab jetzt ich hab äh ich hab etwa 30 Nightcros gemacht ja so was merke ich indem ich auf meine ich hab auf meinen MP3 leer hab ich auch meine Nightcros drauf gemacht aber da ähm oh nein und da ich ähm meine Nightcros bloß noch als Hünderzeiten habe und die nicht auf meinen MP3 leer gehen ja fehlen mir die halt alle anderen hab ich als MP3 total aha und da merke ich das halt so und das sind etwa also mir fehlen auf ne auf meinem äh mit 3 player hab ich noch 170 und auf dem Computer 200 ne kochs momentan ich kann nicht mehr so jetzt bin ich auch bloß Schütze Alter ist einer zu Fuß unterwegs ja ich häng hatte ich kann nicht ich kann keinen Archer nehmen Umarmung Umarmung komm keine Kaffee bei links diesmal eh 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 bei Lesen so ich würd sagen das wird jetzt sein die letzte Runde vielleicht wenn wir jetzt nicht gewinnen Chris ich mach jetzt hier von der Aufnahme ich mach mit uns auch ne Umarmung Marmung Marmung ja Wim wie komm au neiiiin oh so machen ne Achtung ah nein 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 hehehe oh scheiße nein das war jetzt etwas überraschend ja es war wirklich überraschend du hält er aus oh Team Köln Ah! Armbrust! Armbrust! Oh! Nein! So! Sepper ist auch down und mit den hammer geilen Szenen von gerade würde ich sagen was das ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns bei einem weiteren Video bis denne! Ciao!